Musik Ja, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Sie sind heute bei uns zu Gast im Weinberghotel Edelacker in Freiburg. Als Agrargenossenschaft Leiner sind wir Eigentümer dieses Hotels und das sind wir schon seit 25 Jahren. Wir sind stolz darauf, dass der Edelacker in die engere Wahl zum Auswahl eines familienfreundlichen Unternehmens kommt. Diese Familienfreundlichkeit haben wir uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, weil da zum Ausdruck kommt, dass unsere Mitarbeiter sich sehr wohl im Unternehmen fühlen und wir damit auch so ein bisschen die Verbundenheit zu unserer Region, zu unserer Heimat herstellen können. Wir haben durch diese Familienfreundlichkeit auch viele Mitarbeiter gewinnen können, die schon seit langer Zeit im Unternehmen sind oder auch nach längerer Auszeit wieder ins Unternehmen gekommen sind, weil sich die Zeit mit der Familie vereinbaren lässt. Da gilt mein Dank besonders Frau Engel, die sich da sehr stark macht für dieses Vorgehen. Und Frau Engel, vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Kann ich gerne tun. Wir sind zusammen mit unseren Mitarbeitern immer gern bereit zu versuchen, Familie und Beruf zu vereinen, gerade in dem Bereich Gastronomie, wo es schwer ist, am Wochenende frei zu bekommen, keine Schichten zu gehen. Und wir geben zusammen mit unserem Team das Bestmögliche, das allen Mitarbeitern zu ermöglichen, indem wir halt die Dienstpläne flexibel gestalten, indem wir den Familien die Möglichkeit geben, während der Betreuungszeit der Kinder zu arbeiten und danach zu Hause zu sein, die Wochenenden auch mit Familie zu verbringen. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn das Team komplett hinter dieser Entscheidung steht. Und das ist ein Gemeinschaftsprodukt und darauf sind wir stolz. Und wir sind auch stolz, Kollegen wieder gewonnen zu haben, die zehn Jahre lang aus dem Beruf waren und jetzt mit zwei Kindern den Weg wieder zurück zu uns gefunden haben. Und da freuen wir uns, dass wir da Frau Hartung wieder gewinnen konnten. Also ich bin froh, dass ich wieder im Hotel bin. Ich habe immer gerne gearbeitet und gerade jetzt mit Kindern war es eben Gastronomie und jetzt die Möglichkeit, wieder hier in meinem Lieblingsberuf zu sein und wirklich von der Geschäftsführung das zu bekommen, was man braucht. Also wenn man mal frei braucht, dann bekommt man das auch. Oder man kann eben wirklich damit rechnen, dass Kind und Beruf möglich ist. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, nach außen hin zu zeigen, was wir fürs Personal tun. Und wir freuen uns, dass wir uns seit fast 25 Jahren am Markt behaupten dürfen, in dieser schwierigen Branche, zusammen mit unseren Mitarbeitern. Und wir würden uns freuen, wenn zahlreiche Gäste weiterhin uns treu bleiben und die noch nicht bei uns im Haus waren, gern hier hochkommen, um uns zu besuchen, den Ausblick auf der Terrasse zu genießen, das Essen, den guten Service und sich zu überzeugen, was für ein gutes Team hinter dem Haus steht. Da lässt sich natürlich nichts mehr dazufügen. Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter und vielleicht besuchen wir uns mal. Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter und ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter.